klingelig klingelig hier kommt der pukamann hier kommt der pukamann töte die nicht töd dich gleich das möchte ich jetzt mal ausprobieren ho pull klingelig klingelig Früchte. Ähm. Salsööö. Salsöööö. Ja. Ne, ich will die Kiste. Ich will die Kiste. ja dann der baller denn hier ach ja da oben so ist es also ja so ist das grüßt das wo scheiße voll weggepumpt solche arschis Nix feigling hier. Gibt paar auf die Gusche. Gibt paar auf die Gusche. Jetzt war er da oben schon wieder. Bedarf mehr als genug, ja. Oh, wer ballert hier? Okay, wir müssen da nach vorne. Nix, er gibt dich. Wow! Arsch auf, oder was? Ja, ja, steht gut. Ist sie das hier? Haben wir denn hier? Salze. Salze! Haben wir denn hier irgendwo noch was Feines? Nein. Armonit. Salze. Wieder alles voll. So, jetzt gucken wir mal ein Verkaufsaufgang. So. Brauch mal irgendwas. Voll, 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 voll. Voll, voll. Okay, dann haben wir alles. So lang. Ach so. Muss ich wieder betätigen hier. Tja. Wir haben es geschafft. Hoffentlich. Hab ich uns in eine Welt gebracht, wo die Vox Waffen hatten? Oder habe ich eine erschaffen? Gute Frage. Oh, okay. Oh, okay. Ach so. Verbündet ja. Vergesst nicht, deine Kräfte einzusetzen. Ja, mache ich. Wer knallt denn da auf mich? Das ist kaputt. Das ist kaputt. So, den hätten wir auch platt gemacht. Einmal hier die Leichen durchsuchen. So, immer schön alles mitnehmen, was geht. Was war hier grad? Weit, 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 hier hat grad irgendwas geleuchtet. Egal. Was geht denn hier ab? Präzisionsgewehr, nee, Präzisionsgewehr möchte ich auch nicht. Salze, die nehme. Seilengeschütz. Doch, das ist immer noch da. Ich glaub, ich muss da lang, ne? Ach. Warum auch? Wo kann der weg? Warte. Okay. Slade. Er hält's mit dieser Vox Populi. Für alle, die diese Truppe nicht kennen, das ist ein kämpferisches Völkchen. Das Problem ist, ich muss denen erst bei ihrer Revolution helfen. Dann stürmen wir Comstock aus. Und dann? Nein, ich, ich wollte, ich wollte gar nicht, dass das passiert. Elizabeth. Sie sind tot, Booker. Komm, verschwinden wir. Gehen wir in die Fabrik und holen uns das Luftschiff. Es ist nicht deine Schuld. Nichts von all dem. Hast eine Tür zu dieser Welt geöffnet und bist durchgegangen. Ja, sicher. Habe ich uns in eine Welt gebracht, in der Chen Lin noch lebte, oder? Habe ich sie erschaffen? Ich sagte dir ja, ich habe das immer als eine Art Wunscherfüllung betrachtet. Hier wurde der Wunsch wahr. Okay. Krass, wie sieht es denn hier aus? Wir müssen erstmal das Geschütz hier hinten platt machen. Okay. Das ist kaputt. Da ist nochmal eins. Okay. Haben sie schon Puttgemacht? Das ist kaputt. Da ist nochmal eins. Okay. Haben sie schon Puttgemacht? Gleiche. Oh. Nehmen wir doch mit. So, wo ist jetzt der Flüge dahinten? Da sind noch mehr Leichen. Überall Leichen. Nein. Deckung. Los. Das ist echt cool mit dir zusammenzuarbeiten. Wisst ihr das? Wisst ihr das? Danke. Du musst doch bald mal kaputt sein hier. Das ist gut. Das ist gut. Ich habe das nicht. Ich habe das nicht.